In einer schockierenden Wendung der Ereignisse wurde die Welt des High Society Polo durch einen sich zusammenbraun den Skandal erschüttert, an dem Megan Markele, die Herzogin von Sussex, und Nacho Figueras, der berühmte argentinische Polospieler, beteiligt waren. Die Kontroverse entbrannte, als Figueras Frau, Delina Blequevier, Markele in den sozialen Medien warnte, sich von ihrem Ehemann fernzuhalten, was einen Feuersturm an Spekulationen und Anschuldigungen auslöste. Der Ausleser für dieses Drama scheint Markeles jüngste Zusammenarbeit mit Figueras zu sein, um für ihre Linie handwerklich hergestellter Himbeermarmelade zu werben. Die beiden wurden zusammen bei einer hochkarätigen Wohltätigkeitsveranstaltung gesehen, was Blequevier dazu veranlasste, auf ihrem Instagram-Account eine kaum verhüllte, an die Herzogin gerichteten Nachricht zu posten. Möge Gott ihnen das Leben geben, das sie verdienen, schrieb Blequevier und fügte einen kryptischen Hashtag hinzulesen, sieht der Surflauf. Viele interpretierten dies als eine nicht ganz so subtile Warnung an Markele, Abstand zu Figueras zu halten, was zu heftigen Reaktionen und Online-Debatten führte. Unterstützer von Markele haben den Vorfall als nichts weiter als eine harmlose Geschäftsbeziehung abgetan. Einige warfen Blickwier sogar vor, überreagiert zu haben und eine Hetzkampagne gegen die Herzogin zu starten. Kritiker von Markele haben jedoch die Gelegenheit genutzt, um ihre Erzählung voranzutreiben, dass die ehemalige Schauspielerin eine soziale Aufsteigerin- und Manipulaterin ist, die von nichts zurückschreckt, um ihre eigenen Ziele voranzutreiben. Andere haben auf Markeles Geschichte angeblicher Kontroversen hingewiesen, darunter ihre berichteten Zusammenstöße mit der britischen Königsfamilie und Vorwürfe, ehemalige Mitarbeiter zu schikanieren, als Beweis für ein Verhaltensmuster, das auf eine Missachtung der Gefühle und des Wohlbefindens ihrer Mitmenschen hindeutet. In der Zwischenzeit hat Figueras selbst zu dieser Angelegenheit weitgehend geschwiegen und die Art seiner Beziehung zu Markele weder bestätigt noch dementiert. Einige haben spekuliert, dass er sich möglicherweise mitten in einer heiklen Situation befindet, in der er zwischen seiner Loyalität gegenüber seiner Frau und seinen beruflichen Verpflichtungen gegenüber Markeles Unternehmung hin- und hergerissen ist. Die Situation hat auch breitere Diskussionen über die komplexe Dynamik der öffentlichen Wahrnehmung von Prominenten und den schmalen Grad zwischen beruflicher Zusammenarbeit und persönlicher Verstrickung ausgelöst. Einige argumentierten, dass die Reaktion auf den Vorfall ein Spiegelbild der intensiven Prüfung und Kritik sei, mit der Markele seit ihrer Heirat mit Prinz Harry und ihrer Entscheidung, von ihren königlichen Pflichten zurückzutreten, konfrontiert war. Unabhängig von der zugrunde liegenden Wahrheit hat die Kontroverse um Megan Markele und Nacho Figueras die Herzogin erneut ins Rampenlicht gerückt, einen Schatten auf ihr jüngstes Geschäftsvorhaben geworfen und Fragen über die Art ihrer Beziehungen und die Beweggründe hinter ihren Handlungen aufgeworfen. Im weiteren Verlauf der Situation bleibt abzuwarten, wie Markele und ihr Team auf die Vorwürfe reagieren werden und ob die kontroversen nachhaltige Auswirkungen auf ihren Rufen die öffentliches Ansehen haben wird. Es ist jedoch sicher, die Welt des High Society Pullover noch nie so faszinierend.